Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter. Sind Pellets der Heizstoff der Zukunft? Der Pellets Brennstoff erfreut sich in letzter Zeit sehr, sehr viel Nachfrage, da wir natürlich aus aktueller Lage schon einige Energieprobleme in Deutschland auch haben. Der Kunde, der Betreiber möchte Alternativen zum konventionellen Öl- oder Gaskessel haben. Es ist aber so, dass natürlich der Brennstoff Pellets in den vergangenen Jahren, und das ist eigentlich ein Wert, auf den wir zurückgreifen können, immer eine Brennstoffkostenersparnis gegenüber den fossilen Brennstoffträgern Öl und Gas hatte. Natürlich durch die aktuelle Lage haben wir natürlich in allen Bereichen schon Preissteigerungen erfahren, aber auch jetzt, wo anscheinend der Pellepreis teuer geworden ist, habe ich immer noch Ersparnis gegenüber dem fossilen Brennstoff. Natürlich ein bisschen weniger geworden, aber das wird sich hoffentlich auch in Zukunft wieder ein bisschen normalisieren. Und durch was hebt sich ETA von den Mitbewerbern ab? Ich glaube, das sagt auch der Name ETA, das haben wir abgeleitet aus den griechischen Buchstaben, dieses geschwungene N, welches ja in der Wirtschaft für Wirkungsgrad steht und auch in unserem Slogan ETA, Perfektion aus Leidenschaft. In der heutigen Zeit wird es halt immer wichtiger, dass natürlich die Anlagen von dem Betreiber einfach zu bedienen sind, aber auch im Hintergrund, wenn mal Probleme da sind, dass wir durch ein gutes Kundendienstnetzwerk schnell dem Kunden helfen können.